Eine von den Sachen ist, was in der Semmel, das Symbol von Gollus, die Meneere hat er da, weil das ist die Meneere, was der Rebius Masberin liefert sich, das heilig auf alle, die Meneere da ist, was Titus hat gewollt beweisen dem Ingen um Kurven, Bessamikos, aber die richtige Meneere, das ist nicht die richtige Meneere, er hat gemeint, als er hat dazu genommen die Meneere von Bessamikos, aber wie der Rebius Masberin, das ist nicht die richtige Meneere, das ist eine von den Meneeres, was sie gewinnen in Jerusalem, und die richtige Meneere, der Tate wird jetzt beweisen, wie sie ist bei Allah, und ihr hofft es hier auf die Lettl, also die Meneere ist nicht bei Khazi Igul, nur die Meneere ist bei Allah. Kinderlach, Kinderlach. Die Meneere ist bei Allah. Und die Meneere, was mir hängt, das ist ein Schöcker-Gommut. Das ist ein Schöcker-Gommut. Das ist nur weil sie als Mann von Kurven, und verdreht alle mit dem Kopf, und das ist ein Schöcker-Gommut. Und die Meneere ist ein Schöcker-Gommut. Und das ist ein Schöcker-Gommut. 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 Und die Meneere ist ein Schöcker-Gommut. Wir tun uns nicht, was der Sofen-Golse-Achring. Das ist... Wow! Wow! Die konnten sie pronten. Wir beginnen? Wow! Wow! Wauw! Kannst du sie wissen, was du hier? Er bekommt diese Meneide in das ganze Meneide. Er ist, was du! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020